so wir sind wieder da wir nehmen wieder auf und ich bin endlich wieder gestorben warum war das nur einen block was das da ist jetzt irgendein bug also ich habe gerade gefühlten stack rausgeholt ich habe fast ein stack rausgeholt jetzt jetzt wechsle ich nun mal ein kreativ das gibt's nicht dieser sagt ich einfach nicht was hältst du davon wenn du gar keine treppe auf den kippen macht sondern man ja mal gucken ich sehe das jetzt als herausforderung hier durch zu fliegen verdammt ich klatsche wieder auf den boden auf ich habe fast sogar noch überlebt ich habe das überlebt ich habe es überlebt von einem körper zu springen ich habe auch überlebt aber ich wollte eigentlich ins wasser hat noch irgendwer an die sieht für mich oder so du hast in die luft gejagt ist es halt weg kann man ja nichts für es ist passiert halt ne dann muss ich jetzt erstmal wieder andesit fahren ist das sowas ähnliches was kann ich eigentlich klatsch die ganze zeit gegen irgendwelche bäume an die sieht ja wenn du in dem raum ist raum denn dach hast denn dach hat eine rakete setzt packt die heizung unter der decke ach alter wie schaffe ich es die ganze zeit auf dem boden aufzuklatschen kann das mal jemand sagen nö also jahres weißt du wie man mit äh 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 nicht so wirklich aber könnte ich könnte ich ausprobieren ja ich weiß ungefähr was das scheiße jetzt bin ich hier schon wieder runter es ist doch schon wieder eine kacke ja ich bin jetzt vom baum vielleicht schon weil ich meine zu starten oder nein ich vermeckel einfach vermeckel einfach einfach nein huiiiiiii ey was wird das eigentlich gerade was du da brauchst das gesicht vom creeper hä 뭐 ist muss das da schon hin Stimmt ja das muss der schon hin maior pubs als ob das gar nicht als ob der creeper gar nicht höher wird na so hoch wird der nicht so du bist nämlich genau andersrum dann sieht es nämlich viel geiler aus später oh god ey wie genau ich das gerade nehme das irgendwie dumm Das ist mal drei von den Dingern wieder hin. Meine Elytron macht mit dem Fluch und Zerbrechengefühl. Oh, Janus, ich hab was... Okay, ich bin tot. Hier, man kann perfekt mit Elytron zu dir runtergleiten, ohne Feuerwehr. Hier, man kann perfekt runtergleiten, wenn man dann nicht gerade verrät. Oh, damit baut man Wolle ab, Alter. Das ist jetzt hier nämlich so ein Ding, dass ich mich im Feuer umbringe, weißt du? Aha. Ja, tot. Kann sein, dass es falsch ist? Ne, das ist sogar richtig. So, ich gleite jetzt nur zu dir. Äh, warte. Äh, warte. Was kenne ich eigentlich? Vielleicht gar nichts? Naja, das sieht mir wieder zu dunkel aus. Oder? Ach, Digga, warte, warte. So, machen wir das und dann filmen wir das hier nochmal. Nicht ruhig mal, was ich hier mache. Ich probiere einfach nur mit Elytron auf deinen Küper zu gleiten. Was kann ich eigentlich? Das ist nur ein Wort. Genau, Bani. Äh, in deinem Küper kannst du mal ne Fackel gebrauchen. Wird dir eine geben, aber ich hab keine. Ach, wegen Monster spawnen oder was? Später. Nein, vor allem, dass man was sieht. Ich lebe auch nichts. Ja, später, Junge. Linus, bist du noch da? Linus? Der ist noch da. Hallo, Linus? Linus? Junge, der hat sich doch gemutet, weil ich jetzt aufnehme jetzt. Bleib ruhig. Wie heißt die Verzauberung, der man Dings sah, mit der man seine Helligkeit unstellt? Keine Ahnung. Ich hab ja auch Linus gefragt. Sie sagt, dass ich verrecke aus dieser Höhe. Ja! Warum versuchst du's halt? Weil ich zu dir möchte. Nein! Das kann doch nicht sein. Warum? Okay, und die letzten beiden Reihen jetzt einfach raus. Ja, ich knall jetzt fast wirklich an einem Block. Also, Linus, das, was wir gerade in der anderen Welt gemacht haben. Siehst du, so klatscht man erfolgreich gegen Dinge. Äh, Janis, dein Kui verbraucht eine Elytren-Lande-Fläche. Damit man das, damit man da landen kann. Weil sonst klatsch ich immer auf dem Boden auf. Okay. Mal gucken. So, jetzt guck ich mir das mal von oben an, ob das wenigstens relativ gut aussieht. Der Kopf. Von vorne. Ich teleporte dich eben zu mir. Das sieht aus wie... Okay. Hey, hey, guck mal. Von hier oben kann man da eigentlich perfekt drauf. Ja, du mit deinem Gleiter, aber ich ohne Gleiter wird das nichts. Ja, ich dropp dir einen. Nein, brauchst du nicht. Möchte ich aber. Ich möchte das... Lass es verrecken. Verrecken. Ich möchte es verrecken. Aber, das sieht schon mal sehr erfolgreich aus. Oh, jetzt musst du den Creeper noch... Also, Lino schreib mal in den... ähm... Chat, wie man das hinkriegt, dass... die Helligkeit, also die Verzeugung mit der Helligkeit... Das ist praktisch das, was wir gerade mit ihr gemacht haben. Also in deiner Welt, was wir da gemacht haben. Geht doch schneller. Das war knapp, würde ich sagen. Soll ich dir helfen bei dem Baum? Ja, so, keine Ahnung, also möglichst abwechslungsreich halt. Na, das ist ein Dirtblock zu viel. Machen wir so, dann machen wir hier wieder ein bisschen Dirt. Hast du noch ein bisschen Dirt übrig? Ne, ich muss gleich wieder farmen, ich habe nur noch vier Stück. Ich habe auch keinen mehr, Ragenmapport. Ich war nie, ich droppe hier welche. Ne, hier brauchst du nicht. Brauchst du nicht? Ja, mach auch nicht. Ja, dann geh mal da weg, weil hier will ich einen Ding setzen, einen Block. Ja, ich muss kurz das machen, was jemand mir geschrieben hat. Na, dann farm ich jetzt mal eben schnell. Dirt. Janis, weißt du, was du anmachen musst? Was? Warte mal. Du musst. Ähm. Warte. Du musst. Slash. Was ist denn das? Kannst du das so eingeben? LOL. Ich habe hier gerade einfach ein random Ei gefunden. Das haben die Hühner hier einfach gelegt. Ja. Ähm. Äh. Ja, okay. Lios ist auf. Äh. Du musst im Chat schreiben. Slash. Effekt. Et. Es geht dann jetzt dort fahren, ne? Ja. Ich brauche irgendwo drin. drauf Behutsamkeit, damit ich Diamant-Erz abbauen kann, weil so sieht der Creeper nochmal fünfmal geiler aus, wenn da ein bisschen Diamant-Erz drin ist. Benutzt mein Verzauberungstisch oben. Ja, aber hast du auch Zauberbücher? Brauchst du nicht. Als wenn du einfach so verzeuert hast, egal. Ja, ist so. So, ich habe jetzt Nachtsicht. Janus? Hm. Warte, du musst was in dein, ähm, du musst was eingeben bei dir. Geh mal auf deinen Chat bitte kurz. Nein. Nicht jetzt nicht. Doch, das, doch, das brauchst du, dann brauchst du nie wieder fackeln. Aber dann siehst du trotzdem noch normal tagsüber. Was? Dann siehst du tagsüber trotzdem noch normal. Ja. Geh mal auf den Chat. Ja, warte. Äh, scheiße, Digga, wie, äh, komm ich jetzt auf den Chat? Fuck. Ich glaub, dafür muss ich mal eben schnell pennen gehen, damit ich den Chat öffnen kann. Ich weiß nämlich auf der Switch gerade nicht, wie ich das öffnen soll. Würde ich auch pennen gehen? Nee, nee, äh, weil dann, nur wenn du nicht pennen kannst, kann, äh, äh, pennen gehst, dann kann ich ja den Chat öffnen. Und jetzt, was muss ich da reingeben? Also warte. Slash. Ja. Effekt, also EFF, ECT. Aber Slash ganz normal oder so ein schräges Slash? Ja, so ein schräger Slash. Das heißt, es ist Slash. Ja, ich meine, ob den ganz normalen von rechts oben nach links unten oder von links oben nach rechts unten? Nee, von links unten, ja, von rechts oben nach links unten. Okay. Also Slash, Effekt, also kleines EFF, ECT. Effekt oder, oder noch ein S hinten dran. Nein, nur Effekt. Und dann, äh, Lehrzeichen? Ja. Äh, äh, at, p? Warte, at. ja ganz kurz hier suchen p ja 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 nein klein geschrieben also n i g h t was n i g h t n i g h t neid ja unterstrich ja und vision also v i s i o n also v i s i o n dann nicht unterstrich sondern leerzeichen ja 1 ja 0 0 ja ja 0 0 ja also insgesamt 6 0 ja dann leerzeichen 255 255 2 5 leerzeichen 2 also t r und e 5 so jetzt darfst du neid wischen er ziehst du in der nacht alles hell ich helfe dir mal besser ist es schon irgendwie geil ja du siehst es ja jetzt ist nacht es ist besonders gut in der mine ja ich weiß ich helfe dir mal ok ach scheiße digger ich habe bald gar keinen bruchstein mehr ich habe noch noch auf jeden fall noch ein steck übrig für dich hier warte ich stopp dir nicht da in der mitte ok also wirklich natürlich einfach ja einfach irgendein durcheinander aber nicht immer abwechselnd sondern halt einfach durcheinander geht das so wie geht das so ihr habt das ok jetzt ja na junge warum falle ich hier ein hast du das überlegt das war es erstmal mit dem part ich mache jetzt erstmal stopp erstmal ohne parts ein bisschen weiter also weil dieses durcheinander bauen das interessiert euch sowieso nicht und ja